Ich finde, dass relativ wenig Stände sind. Also das Angebot ist nicht so groß, würde ich sagen. Ansonsten ist es ganz gut, dass man mal einen Markt hat in der Nähe, mal was Frisches kaufen kann, frisches Obst oder Gemüse, frische Eier. Was mir am Markt gefällt, ist, dass Sachen aus der Region zum Teil kommen und ich im Sommer auch da drüben an dem Stand so eingelegte Oliven und sowas, also jetzt im Winter auch. Es ist klein überschaubar. Ich wünsche mir mehr Stände, mehr Bäume. Er ist lieblos gemacht. Ja, finde ich auch. Da hat sie recht, finde ich auch. Er ist lieblos gemacht, das ist halt so ansprechend. Stände, die die Leute anziehen, dass hier einfach mehr Umtrieb ist und dann natürlich auch Sitzmöglichkeiten. Ist klar, dass man hier einfach auch angenehmer seine Zeit verbringen kann noch. Es ist eine schöne Location hier. Wir haben hier einen schönen Marktplatz und es ist einfach eine tolle Sache, eben nicht nur in den Supermärkten einkaufen zu gehen, sondern hier die Leute stehen hier an den Ständen und reden. Und das ist gerade für ältere Mitbürger, glaube ich, ein ganz toller Treffpunkt, wo man einfach auch mal andere trifft und was wirklich sehr nett ist hier.